Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wär's doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden? Was ist das Paradies auf Erden? Scheiße. Ich will, dass du einen Aids-Test machst. Ist doch lächerlich. Ach ja? Was? Was ist so toll an den Frauen in Trinidad? Mein Gott. Was ist so toll? Sie führen kein Gespräch wie dieses. Und? Es ist gar nicht okay. Ich meine, was sollen wir jetzt tun, um zu Gerhard zu kommen, na? Trinidad ist wieder in den Kopf. Ich versprich's. Hey. Los komm, lass uns hier abhängen. Komm. 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 Das war's. Das war's.